Schau dir meinen Film um 3 Uhr nachts an. Ey, soll das ein Halloween-Break oder sowas sein? Walking Angela! Oh mein Gott! Hört sie dich auf! Sie hat mich angegriffen! Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von ComebackTV. Und heute, warum stehe ich schon an der Tür? Heute ist Halloween, Leute. Deswegen erstmal Happy Happy Halloween, Leute. Ich kann es gar nicht glauben. Ich feiere richtig Halloween. Ich mag richtig Halloween. Deswegen stehe ich schon hier. Es haben schon tausend Leute geklopft. Deswegen habe ich mich schon mal stark klar gemacht, falls der nächste klopft. Lass uns mal schnell das Ganze hier erstmal auspacken, Leute. Mann, Mann, ey, bevor da jemand kommt. Mann, ey, ich bin total unvorbereitet. Aber wer könnte diesmal vor der Tür stehen? Ich bin mal gespannt, was die Leute heute für Kostüme haben. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie ihr euch immer verkleidet, ey. Ich kann es kaum erwarten. Warte mal, der klopft schon wieder, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wer könnte das diesmal sein? Lass uns gleich mal die Tür aufmachen. Oh mein Gott, ein Killer-Clown. Der war doch auch mal bei uns im Video. Mein Gott, denkt ihr, ist das der echte? Wir geben ihn einfach mal was. Was ist da für Leute kommen? Ey, das gibt es doch nicht. Der geht wieder. Lass uns mal. Mein Gott, ey. Der war einfach mal ein Killer-Clown. Egal. Lass uns weitermachen mit dem Video. Ich habe wirklich heute keine Video-Idee gehabt. Deswegen dachte ich immer mal, wir filmen erstmal die Leute, wenn da alles kommt. Mann, ey, der klopft den schon wieder. Wer könnte das diesmal sein? Wir haben doch gedacht, dass die Tür aufgemacht. Mal schauen, wer es diesmal ist. Mein Gott, Chef-The-Killer? Ist das der echte? Oh mein Gott, das war doch nicht etwa der echte Chef-The-Killer, oder? Mann, ey, das gibt es doch nicht. Ey, wirklich. Jetzt klopft es schon wieder. Wer könnte dieses Mal an der Tür sein? Ey, langsam, der hat es mich wirklich. Mann, ey, wussten die, dass ich so viele Süßigkeiten habe? Das ist nur sauerisch. Ähm, warte, warte. Ey, du kannst nicht in meine Wohnung reinkommen. Ey, was ist los mit dir? Das ist sauerisch. Ey, du kannst nicht in meine Wohnung reinkommen. Ey, hallo? Geht's dir doch ganz gut hier? Was machst du? Ey, 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 ey. Was ist? Mann! Was machst du hier, ey? Das gibt es doch nicht. Ich wollte dich doch noch ein bisschen erschrecken. Alter. Mann, ey, what's it? Das gibt es doch nicht. Hast du mich jetzt erschreckt, dass du einfach mal mit einer Maske zu mir in die Wohnung eindringst? Bist du einfach auch draußen und sammle Süßigkeiten, oder was? Ja, natürlich ist der beste Tag des Jahres. What's it, ey, das kann doch nicht wahr sein. Lass uns zusammen Halloween feiern, oder? Ja, natürlich. Heftig, ey. Du hast mich jetzt wirklich richtig... Warte mal, what's it? Hörst du das? Was ist das? Hörst du das? Ja, ich weiß was. Warte mal. Hat der nicht gerade Talking Angela vor mein Handy ausgesprochen? Ja, ich glaub schon. Lass mal nachschauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, what's it, siehst du das? Ja, ich seh's. Ey, das steht einfach mal Talking Angela. Bild ich das mir jetzt gerade ein, oder hat die gerade Comeback TV und... Aber ich versteh nichts. Der hat doch gerade gesagt Comeback TV und What's It TV irgendwie. Hallo? Ja. What's it, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich hab diese App gelöscht. Aber da ist sie doch. What's it, ich hab die App gelöscht. Ey, warum... Hä, warte mal. Was hat denn das jetzt alles damit zu tun? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch wirklich nicht. Schau dir meinen Film um 3 Uhr nachts an. Oh mein Gott, what's it? Hast du's gehört? Wir sollen uns den Talking Angela Film um 3 Uhr nachts anschauen. Warte, der Griff geht aus. Oh mein Gott. Nein. Warte, warte. Warte. Oh mein Gott, das Licht geht wieder an. Warte mal, nicht das Licht geht an. Der Fernseher geht an. Warte, ist das nicht dein Ernst, oder? Das Talking Angela? Ey, soll das ein Halloween-Prank oder so was sein? Die schläft? Das ist jetzt kein Halloween-Prank oder so, oder? Dieser war mal da. Das ist der Film, die hat doch gerade gesagt... Aber mein Handy ist auch weg. Die hat doch gesagt, wir sollen uns den Film anschauen. Das sieht ja harmlos aus. Lass uns mal kurz reinschauen, oder? Ja. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Das ist echt komisch, okay? Lass uns kurz nachschauen, ja? Lass uns das kurz anschauen. Setz dich hin, What's it, komm. Ja gut, What's it, komm. Dann kannst du's mal starten, ey. What's it, das hat null mit Halloween zu tun. Einfach mal null. Das ist nicht gruselig. Kann man drüber lachen, weiß ich nicht, What's it. Weißt du, wir sind beleidigt. What's it, weißt du was? Ey, ähm, der Fernseh ist schon automatisch angegangen. Ich schau mal einen anderen Halloween an. Ich hab da keine Lust mehr drauf. Dieses Ding mir anzuschauen, ey. Wir machen das Ding aus. Ganz ehrlich. Keine Lust mehr dazu. Zack. Keine Lust mehr dazu, zack. Keine Lust mehr darauf, What's it? What's it? Warte mal, sehe ich das jetzt gerade? What's it? Oh mein Gott. Sehe ich das gerade, ist richtig? Ja, Talking Angela ruft dich an. Warte mal, die Talking Angela, oder was? Anscheinend. Soll ich die jetzt einfach mal annehmen, oder was soll ich machen? Ja, nehm mal an. Okay, warte mal, ich nehm sie mal an, okay? Das gibt's doch nicht, okay, ey, What's it? Soll ich einfach mal abnehmen? Ja. Talking Angela, das gibt's doch nicht. Warte mal, komm, lass uns gleich mal abnehmen, ey. Ich kann das nicht glauben, ey. Was will die von mir? Talking Angela? Hallo Kahnberg. Wie bitte, Talking Angela? Ich zu Ende geschaut. Du bist böse, weil ich deinen Film nicht zu Ende geschaut hab? Ja. Talking Angela, ey, jetzt mal ganz ehrlich, ey, der Film war absolut langweilig. Und heute ist Halloween, ey. Schau mir doch zu Halloween kein Talking Angela Liebesfilm mit Talking Tom an. Du bist bestraft dafür. Wie, du willst mich bestrafen? Ich will dich bestrafen. Du willst uns bestrafen, weil ich jetzt deinen Film nicht zu Ende geschaut hab, oder was? Genau. Sorry, wenn du willst, ich schau mir den Film noch weiter an. Sorry, ich will mit dir echt keinen Stress am Talking, Angela. Zu spät dafür. Wie, es ist zu spät? Aha. Es ist zu spät, denn... What's it? Sie ist weg. Oh mein Gott. Warte mal, ey, das gibt's doch nicht... Ey, das... Ey, irgendwann würde ich doch pranken, oder? Das ist doch Halloween, oder? Ja. Warte mal, what's it? Hast du da auch was gehört? Ja. Da ist was drin? Denkst du? Warte mal, warte mal, ey, die haben doch damals auch Talking Tom irgendwie verfolgt, oder? Ja. Soll ich mal nachschauen? Ja. Ja, Vorsicht! What's it, ey, die Tür, ich bin mir hundertprozentig nicht an What's it, Alter. Warum passt du nicht auf? Die war hundertprozentig zu gewesen, oder? Ja. Mann, ey, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese kleine Katze jetzt hier ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Was denkst du, What's it? Glaube ich nicht. Mann, ey, soll ich jetzt mal nachschauen? Ja, aber sei vorsichtig. Mann, ey, vielleicht rocktest du noch mal den Like button mit 2000 Likes, wenn ich da nachschauen soll, oder? Ja. Komm, weißt du was? Ist mir jetzt egal. Wir schauen jetzt irgendwann mal nach, ey. Talking Angela! Oh, was it? Oh, was it? Oh, was it? War das Angela, wo ihn angegriffen hat? Bei mir ist alles gut, ey. Oh mein Gott! Du hast Kratzspuren. Nein, ey! Oh mein Gott! Das war doch nicht etwa Talking Angela. Habe ich da Blutkratzspuren, oder was? Ich habe gekratzt als Blut. Oh mein Gott, ey, sie hat mich erwischt, What's it? Sie hat aber auch wieder die Tür zugemacht. Das heißt, sie ist hundertprozentig da drin, What's it? Ja, jetzt mach bloß nicht wieder auf. What's it? Wir schauen jetzt nach mal. Wir holen uns die Katze. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber... Mann ey, die Katze ist da drin, ey. Die hat mich gekratzt. Pass auf, sie ist aggressiv. Willst du mal kurz reingehen? Ich? Komm, warte mal. Lass uns mal kurz nachschauen. Talking. Talking. Angela! What's it? Sie ist nicht hier, oder? Ich sehe sie nicht. Sie ist bestimmt unter dem Bett oder sowas, ey. Das kann doch nicht wahr sein. What's it? Kannst du da irgendwas erkennen hier? Da, da am Fenster. Ich sehe sie am Fenster. Was? Die ist am Fenster? Ja! Soll denn hier bitte eine Katze sein? Ich kann da wirklich nicht sehen. Da ist sie da hinten. Oh mein Gott, da ist sie. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, sie geht weg. What's it? Soll ich mich bewaffnen, ey? Das Tier? Wie kommt das da raus? Das war doch gerade dringend. Komm mit. Ich weiß nicht. Talking Angela! Wir kommen jetzt! Was ist recht vorsichtig? Ich kann sie nicht sehen, ey. Wo soll sie denn sein? Mann, ey. Das gibt's doch nicht, What's it. Warte mal, lass uns mal von jetzt aufmachen. What's it? Talking Angela? What's it? Kannst du sie sehen? Ich seh sie nicht. Mann ey, das gibt's. Ey, What's it? Denkst du sie ist runter? Runter gesprungen oder so? Ja, das kann sein. Ist ja eine Katze. Ja, aber What's it, dann ist es perfekt. Dann ist sie nicht mehr da. Lass uns mal kurz nachschauen. Okay, What's it, ey. Ich kann sie nicht sehen. Die ist hundertprozentig abgehauen, Mann. Ich bin mir hundertprozentig sicher, die ist abgehauen, What's it. Die ist nicht mehr hier. Lass uns gehen. Die ist weg. Die ist bestimmt runter gesprungen. Sie ist runter gesprungen. Lass uns endlich Halloween feiern. Ey, Mann ey. Ich muss mir das auch mal. Es hat mich gekratzt, ey. Soll ich zum Arzt wegen Tollwut oder sowas gehen, What's it? Talking Angela, ey. Sie war echt hier drin, Mann. What's it, ich geh kurz auf die Toilette. Und dann lass uns dann gleich auch mal das Video beenden, oder? Wird natürlich wieder einer gegrüßt aus Instagram. Ihr wisst, wie es ist. Kommentar wird jetzt eingeblendet. Sorry, dass es dann doch nicht so ein grusiges Halloween-Video geworden ist. Ich weiß auch nicht. Komm. What's it, ich geh mal kurz auf die Toilette. Ich zeig's mir mal. Oh, What's it. Oh, What's it. Haben wir gar alles gut mit dir? What's it. Das gibt's nicht. What's it. Diese kleine, widerliche Katze ist ja wirklich drin, ey. Ja. Lass sie uns jetzt bekommen. Hat sie mich schon wieder gekratzt? Äh, ja, ich weiß nicht. Habe ich jetzt zwei Kratzer hier? Ja, doch. Tatsächlich. Oh mein Gott, lass uns. Das Licht geht aus. Was ist los? What's it, was ist hier los? Wo bist du? Oh mein Gott. Hat sie dich auch... Sie hat mich angegriffen. Oh mein Gott, What's it. Ist nicht die ganze Zeit einfach raus. Ich blut. Oh mein Gott, du blutest auf, What's it. Oh mein Gott. Das ist der Böse Katze, der Böse. Oh mein Gott, What's it. Oh mein Gott, What's it. Was springt hier noch total? Was ist los, Mann? Oh mein Gott. Was ist das eine Welt... Was ist das eine Welt. ... ist das eine Welt.